Padangushta Dhanurasana in Anantasana ist der Bogen mit gefasster Großzehe in der Seitenlage. Raffaela, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt, wie es geht. Das ist jetzt der einfache Bogen mit gefasstem Großzeh. Es gibt da noch eine fortgeschrittenere Variation. Dabei fasst du auch um den Großzeh herum und kommst dann in den Umgriff. Und in diesem Umgriff bist du dann auch seitlich liegend und bist dabei im vollen Bogen. Alles Variationen, um die rückwärtsbeugende Flexibilität auf gemütliche Weise zu entwickeln. Denn Anantasana heißt ja gemütlich auf der Seite liegen. Vielen Dank. Vielen Dank.